Ihr seid ja immer noch da. Was wollt ihr denn jetzt schon wieder? Äh, Frage noch. Habt ihr etwas dagegen, wenn ich mich hier ein wenig umschaue? Wahrscheinlich werdet ihr ohnehin vorher keine Ruhe geben. Seht euch also um. Ich habe nichts zu verbergen. Aber Vater, du kannst doch keine Fremden einfach so unser Lager durchstürmern lassen. Denk doch an die Werte, die hier lagern. Du bist doch sonst nicht so vertrauensselig. Ach was. Ich denke, in diesem besonderen Fall können wir eine Ausnahme machen. Je eher diese leidige Angelegenheit erledigt ist, desto besser. Wie du meinst, Vater. Ja, er scheint etwas zu verbergen zu tun. Er scheint etwas zu verbergen. Der Händler Heimgermasch behauptet, dass er und sein Sohn nichts mit dem Rauschgabschwul zu tun haben. Er hat mir erlaubt, mich im Lager einmal umzusehen. Zum Lagerstollen. Ja gut, ich werde dem jetzt hier nicht alles zerdeppern. Sonst ist er noch mehr stinkig auf uns vielleicht. Lagerstollen. Ressige Watt. Ressige Watt. Sprich, Freund. Okay, Fallschärfen. Ähm. Mein Atem geht rum. Oh, rechtes Bein der Statuette. Mantrake. Mein Atem geht rum. Komm schon. Fuhrax. Aufgepasst. Bei meiner Axt. Das bin ich. Okay, das ist... Nicht so schön. Nicht so schön. Okay, kann ich fliehen? Ich glaube nicht, dass ich fliehen kann. Ne, ich werde hier von allem beballert. Kann ich fliehen? Kann ich fliehen? Kann ich fliehen? Nein, kann ich nicht. Okay, dann muss ich gucken, wo mein letzter... Mein letzter Quicksave war, bevor wir... Weg sind. Okay, also Morolosch. Ich habe damit jetzt nicht gerechnet, muss ich ehrlich zugeben. Ich hätte einen Quicksave machen sollen, bevor ich in diesen Keller gehe. Ah. Okay, also... So, aber dann können wir das mit Gerling noch mal wiederholen, was ich da zu ihm gesagt habe. Dum-di-dum-di-dum. Fax zum Gruße, Drachentöter. Es ist immer eine Freude, euch zu sehen. Die Freude ist ganz auf meiner Seite, Gerling. Entschuldigt meine Neugier, aber wie kommt es, dass ihr immer noch im Molo schweilt? Ich dachte, eure Aufgabe ist ja erledigt. Wenn ihr damit den ursprünglichen Grund meiner Reise meint, so habt ihr recht. Leider hat es sich... Das tut es... Diese Plastik... Ja, ja, den Rest kennen wir, also kriegen wir uns noch mal schnell durch. Das ist auch... Wie ihr... Es gibt... Und einen... Sehr schön... Halt, halt! So. Was sagt Reibsgeinert? Aber das Einarmrad? Natürlich. Nun. Aber natürlich. Ich bin mir... Okay. Hallo! Ihr trinkt doch sicher einen Humpen mit mir. Und Basso hat gerade frisches Pilzpür bekommen. Das müsst ihr unbedingt mal probieren. Okay. Vielleicht spielt im Moment... Ich glaube, gerne. Pilzpür klingt auf jeden Fall interessant. Und... Wie hat es euch geschmeckt? Gleich mal schlecht. Jetzt muss ich aber weiter. Okay. Thronsaal. Und das Wasserwein. Hammer abholen. Alle Sachen ruhig klicken dann nachher. Ja. Und ja. Die Truhe öffne ich erst, wenn ich diese Falle entschärft habe. Aber darf ich fragen, wo... Aha. So ist das. So. Das Weihwasser haben wir auch wieder. Wollt ihr den Thronsaal? Ja, lass mich mal bitte hinaus. Hammer holen. Wieder in das Kontor rein. Mit dem Labern. Dann hinten in das Ding rein. Dann Quicksave machen. Ganz, ganz dringend. Quicksave machen. Ich würde ja gerne... ...in Schärfen weiter steigern. Ich könnte auch einfach mal meine Fingerfertigkeit steigern. Wunder. So. Wir haben das... Wir haben das Weihwasser. Wir können zum Berg Traken sein. Hm. So. Wir haben das... Wir haben das Weihwasser. Wir können zum Berg Traken sein. wir haben das Weihwasser. Wir haben das Weihwasser. Vor euer Name ist... ... verstehe ich euch richtig. Ich versichere... ...das kann ich euch gar... ...aber schn. Aber... So. Dum-di-dum-di-dum... ...di-dum-di-dum... Oder ich seh mich erstmal in dem Lagerstollen um, bevor ich das mit der Truhe mache. Äh, aber nö. Das haben wir. Das haben wir auch. Quicksafe. So, krieg ich die Falle entschärft? Nein. Mein Atem geht ruhig. So, die Falle ist entschärft. So, Schloss knacken. So, Schloss ist geknackt. Attributo-Konstitution. Attributo-Konstitution. Nee, halt. Ach, wieso nicht? Attributo-Gewandtheit. Attributo-Gewandtheit. Achso, es kann immer nur ein Attributo gleichzeitig hier aktiv sein. Ja, stimmt. Armatrutsch. Noch eine hilfreiche Tatze. Armatrutsch. Quicksafe. Mantrake. Okay. Lass das mal vor, Kür. Ardo. Arquats. Das ist nicht gut. Okay, wir können gleich wieder laden, weil das ist scheiße. Da irgendwie in die Ecke buxiert zu werden, ist richtig kacke. Vor allem weiß ich nicht, was hier gerade passiert ist. So. Okay, du heizt dich mal. Dass der Bär sich da verkeilt, ist aber auch nicht so praktisch. Der hat noch Magie, der eine. Das ist nicht gut. Okay, Haltank schlürfen. Konzentriert euch bitte auf einen, dann habt ihr bessere Trefferschance. Jetzt wird nur noch der eine hier und dann sind die Mantrake wenigstens weg. Und wir haben... Ich habe den rechten Arm gefunden. So, ich kriege Drachenblut aus denen raus. So, Heilung. 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 Heilung.